Hallo, ich hoffe, euch geht's gut. In meinem heutigen Video werde ich mal ganz, ganz viele PR-Pakete, die ich bekommen habe, mit euch gemeinsam auspacken. Und da bin ich mal sehr gespannt, was da drin ist. Und was ich in diesem Video auch machen werde, ist ganz, ganz viele Dinge von den ganzen Sachen, die ich immer so zugeschickt bekomme, an euch zu verlosen. Ihr seid einfach so eine krass liebe und unterstützende und treue Community. Und ich bin euch einfach extrem dankbar für alles. Und natürlich ist mir absolut bewusst, dass ich auch nur diese ganzen Pakete von Firmen zugeschickt bekomme, weil ich eben auch eine Community habe, der ich das zeigen kann. Deswegen habe ich mir gedacht, es wäre ganz schön, wenn ich einfach Sachen, die ich zugeschickt bekomme, an euch verlosen werde. Die Verlosung wird auf Instagram stattfinden und ich werde Produkte im Wert von 1.000 Euro dort verlosen. Was das dann genau für Produkte sind, das werdet ihr dann auf Instagram sehen. Auf Instagram heiße ich xletter. Und wenn ihr auch Instagram habt, dann könnt ihr da sehr gerne mal vorbeischauen. Die Verlosung findet auf Instagram statt, weil es da einfach viel einfacher ist, einen Gewinner zu ermitteln und den dann auch zu kontaktieren. Auf YouTube ist das viel schwieriger. Und deswegen findet die Verlosung eben auf Instagram statt. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Okay, also wie gesagt, die Sachen, die ich auf Instagram verlose, ist dann ein Teil von den Sachen, die ich hier zugeschickt bekommen habe. Oder auch Sachen, die ich schon in der Vergangenheit zugeschickt bekommen habe. Und all der ganze Kram. Also schaut euch das am besten selber an, dann seht ihr genau, worum es geht. Eine Sache, die ihr aber definitiv bei der Instagram-Verlosung finden werdet, sind diese Produkte hier. Denn ich mache die Verlosung auch als kleines, großes Dankeschön an euch. Denn wer es noch nicht mitbekommen hat, ich habe am Dienstag mein Geheimnis offenbart. Und zwar habe ich ein Jahr lang an einer eigenen Beauty-Marke gearbeitet. Und zwar ist das diese hier. Das ist Nio. Und ab Mitte Juli findet ihr dann im DM meine eigenen Haarpflegeprodukte. Falls ihr das Ganze verpasst habt, dann könnt ihr sehr gerne mal bei dem Video vorbeischauen. Das verlinke ich euch nochmal in der Infobox. Und ja, wie gesagt, die Produkte findet ihr auch bei der Verlosung. Aber jetzt fangen wir an mit den eigentlichen PR-Paketen. Okay, also die erste Sache, die ich jetzt entdeckt habe, ist das hier von der Marke Mockberg. Und die hier werde ich auch auf jeden Fall auf Instagram verlosen. Denn ich habe schon wirklich genug Uhren. Und die sieht wirklich total schön aus. Ich werde die jetzt auch gar nicht weiter auspacken. Denn wie gesagt, das hier werde ich auf jeden Fall an euch verlosen. Weiter geht es dann jetzt mit dem nächsten Paket. Okay, übrigens sind das nicht alle Pakete, die ich immer zugeschickt bekomme. Sondern nur ein Teil, den ich hier gesammelt habe. Denn das ist eigentlich recht witzig. Ich bekomme meine PR-Pakete immer an drei verschiedene Adressen gesendet. Also entweder zu mir nach Hause oder zu meinen Eltern nach Hause oder zu meinem Management. Und jetzt zeige ich euch gerade nur die Pakete, die bei der einen von den drei Adressen angekommen sind. Oh, das sieht voll süß aus. Da sind sehr, sehr viele Lippenprodukte drin. Und die werde ich auch auf jeden Fall verlosen. Das sind unter anderem so Glossy-Lipsticks. Dann solche Lippenstifte hier. Also ganz, ganz viele verschiedene. Und es sind auch noch ein paar Lidschatten dabei. Und auch noch eine Palette. Okay, das interessiert mich jetzt, was das für eine ist. Das finde ich sieht auch sehr, 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 sehr süß aus. Dann habe ich auch noch dieses Paket hier geschenkt bekommen. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Und zwar ist das von Karité. Also ich glaube, die werden so ausgesprochen. Und die sind eben so zu 100% natürlich. Und wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass ich ja auch auf Inhaltsstoffe und sowas achte. Und deswegen habe ich mich sehr über dieses Paket hier gefreut. Das ist einmal so eine Art Creme für Lippen und Hände. Das hat so eine Art Butterkonsistenz. Mega, mega cool. Und dann gibt es nochmal das gleiche Produkt, allerdings mit einem Rosenduft. Also genau meins. Das ist auch nochmal so eine Art Pflegebutter. Allerdings eine Nummer größer. Und das ist die Sorte Mandelvanille. Ich mag auch das Design sehr gerne. Falls ihr euch wundert, wenn ich alle Produkte, die ich vorhabe zu verlosen, jetzt schon bei der nächsten Verlosung drin sind, dann liegt das daran, dass ich das wahrscheinlich aufteile. Das heißt, wenn es jetzt nicht vorkommt, dann eben beim nächsten Mal. Weiter geht es dann mit dem nächsten Paket. Und zwar ist das von MAC. Okay, einmal das Fix Plus. Das benutze ich sehr, sehr, sehr gerne. Also eigentlich jeden Tag. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an das Video mit Alisha-Marie erinnern könnt. Denn da hat sie mir auch die große Größe von diesem MAC Fix Plus geschenkt. Denn ich benutze das einfach immer. Und eine sehr, sehr gute Freundin weiß das natürlich. Ah, oh nein, nein, nein. Ups, also das war ein Paket von L'Oreal. Und das ist mir jetzt leider alles rausgefallen. Ups. Okay, die Produkte sind nicht kaputt gegangen. Das ist schon mal sehr gut. Das sind solche Highlighter, solche metallischen Highlighter. Ich denke, da werde ich auf jeden Fall auch ein paar verlosen. Ah, okay, was ist das? Oh, wow. Das sind solche Glosse. Ich finde, die sehen auch sehr, 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 sehr schön aus. Und hier drin sind Lidschatten. Das sind solche metallischen Lidschatten. Die haben alle eben so ein paar Goldfigmente drin. Sehr, 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 sehr schön. Und da habe ich auch noch eine weitere Sache entdeckt. Und zwar ist das das hier. Das sind die Parfums von Kati. Und die werde ich auch auf jeden Fall verlosen. Das ist einmal so ein blumiger Duft. Und das andere heißt Golden Notes. Also wird das wahrscheinlich auch ein recht besonderer Duft sein. Also vielen Dank dafür, Kati. Falls ihr sie noch nicht kennt, sie heißt übrigens The Beauty To Go auf YouTube. Ich reiße das hier auf. Okay, das gehört eigentlich auch noch zu diesem goldenen L'Oreal-Paket. Da schaue ich jetzt auch mal rein. Ah, oh, geil. Oh mein Gott. Das sind solche Lippenstifte, die einfach mega das coole Packaging haben. Ich weiß nicht, wie gut ihr das erkennen könnt. Das ist wie so eine Art Tube. Und dann dreht man das einfach von unten auf. Und dann hat man den Lippenstift in der Hand. Das finde ich cool. Das hier ist von MAC. Okay. Leute, wie cool ist das hier bitte? Die haben einfach hier so einen riesen Koffer geschickt. Oh mein Gott. Wie cool ist das denn? Schaut euch das mal an. Das ist so ein cooles Packaging. Okay, jetzt einmal so ein T-Shirt drin. Das hier ist einfach so eine Kassette. Und das hier ist einfach so eine CD. Das hier ist einfach so eine Lippenpalette. Und ich finde die so unfassbar schön. Ich möchte sie jetzt echt nicht swatchen. Denn das hier werde ich auch auf jeden Fall verlosen. Weil einfach dieses Packaging so unfassbar schön ist. Ah, oh mein Gott. Das ist so ein Highlighter Rouge. Und dann noch so eine Art Bronzers da drin. Also mega cool. Freue ich mich sehr drüber. Vielen Dank, liebes MAC-Team. Dann machen wir jetzt weiter mit diesem Päckchen hier. Das sieht aber auch ordentlich schon zerruft aus. Und zwar ist hier drin ein Nagellack von Essie. Das hier gefällt mir sehr gut. Ist eben so eine sehr schöne, helle, neutrale Farbe. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich solche Nagellacker am liebsten trage. Okay, weiter geht es dann jetzt. Und in diesem Paket hier. Und zwar ist das von About You. Und ich glaube, da erinnere ich mich auch noch dran. Stimmt, ich war auf den About You Awards. Und das war quasi die Goodie Bag. Und weil ich mit Handgepäck geflogen bin, konnte ich die nicht mitnehmen. Und dann habe ich sie mir zusenden lassen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die ganzen Pakete. Das hier ist einmal so ein Duschschaum von Rituals. Und ich finde das Packaging so schön. Dann ist hier auch noch das hier drin. Das ist eine Body Cream. Das ist wahrscheinlich die passende zu dem Duschschaum. Und dann ist hier noch drin das hier. Das ist so ein Augenbrauengel. Und zwar sollen damit die Augenbrauen für ein paar Tage halten. Okay, spannend. Und dann ist noch das hier drin. Das sind irgendwelche Masken von Tabis. Und dann reiß mich auf. Neue Generation von Essen. Mach mich auf. Okay, das ist anscheinend irgendwas zu essen. Aber auch sehr interessanter Spruch mit reiß mich auf und mach mich heiß. Dann machen wir weiter mit diesem Paket hier. Und zwar ist das von Ideal of Sweden. Und ich weiß nicht, wo ist gerade mein Handy? Oh, oh, oh. Nein. Oh, oh. Ah, da ist es. Oh, okay. Ich habe nämlich auch eine Ideal of Sweden Handyhülle gerade auf meinem Handy. Ich finde die einfach nur so schön und liebe die total. Ich kann euch mal sehr gerne die Handyhülle zeigen. So sieht sie aus. Und ich habe noch ein paar weitere zugeschickt bekommen. Und zwar sind das einmal hier diese Modelle. Das gefällt mir mega, mega gut. Und dann auch noch das Design. Und dann sind das auch noch solche Kopfhörer. Die werde ich auf jeden Fall benutzen. Was auf jeden Fall auch noch hier in dieser Tüte ist, ist von Naked ein T-Shirt. Das ist dieses T-Shirt hier. Das gefällt mir sehr gut. Übrigens, dieses Video hier auch als Werbevideo kennzeichnet, weil ich eben ganz, ganz viele Marken nenne und weil ich eben auch PR-Samples zeige. Wurde allerdings nicht bezahlt von irgendeiner Marke hier, dass ich diese Sachen irgendwie in einem Video zeigen soll oder so. Sondern ich mache das einfach freiwillig, weil einfach auch sehr viele immer fragen, ob ich das nicht zeigen könnte. Eine weitere Sache, die ich zugeschickt bekommen habe, sind von Rituals solche Ampullen. Falls ihr nicht genau wisst, was das ist, kann ich euch das auch sehr gerne mal in einem Video zeigen. Also wenn ihr mehr zum Thema Hautpflege sehen möchtet, dann lasst mich das wissen. Denn ich liebe solche Ampullen einfach nur total. Okay, weiter geht es jetzt mit dem nächsten Päckchen. Und zwar ist das dieses hier. Das ist wieder von NYX. Okay, da sind auch wieder richtig, richtig viele Sachen drin. Also auch Paletten, Pinsel, Lippenprodukte. Das ist einfach so komplett voll. Und da werde ich euch einiges verlosen. Okay, da sind echt coole, coole Sachen drin. Dann habe ich auch noch zwei Kleider zugeschickt bekommen. Und zwar von Laona. Eins davon habe ich auch schon letztens getragen. Das kann ich euch hier mal einblenden. Das war nämlich auf einem Douglas-Event in Berlin vor ungefähr drei Wochen oder so. Und das hier habe ich auch noch zugeschickt bekommen. Das ist so ein Blumenkleidchen. Und das finde ich auch sehr, 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 sehr schön. Und es sieht vor allem auch sehr hochwertig aus. Okay, weiter geht es dann jetzt mit diesen beiden Paketen, die aneinander kleben. Das ist eigentlich so süß eingepackt, dass ich es gar nicht auspacken will, sondern genauso an euch verlosen will. Aber ich bin doch zu neugierig und möchte gerne wissen, was da drin ist. Das hier ist ein Mascara-Primer und das ist eine Mascara. Als wenn ich das richtig verstanden habe. Aha, interessant. Okay, weiter geht es dann jetzt mit diesem Paket. Oh mein Gott, das ist mega cool. Hier sind einfach so ganz verschiedene Lippenstifte. Ich glaube, die sind hier so dran geklebt. So sieht das aus. Irgendwie total witzig. Dann mache ich weiter mit dem nächsten Paket. Das ist auch von L'Oreal. Und das sind wieder Lippenstifte, die hier so dran gemacht sind. Auch wieder ganz verschiedene Farben. Einmal dunkle Töne, New Töne, Pink Töne. Da werde ich auch definitiv ein paar davon an euch verlosen. Dann geht es weiter mit dem nächsten Paket. Und zwar ist das von Benefit. Und da freue ich mich natürlich auch sehr drüber. Oh, wie süß. Das ist so eine Make-up-Bag. Da sind ein paar Produkte drin. Und zwar Augenbrauenprodukte. Da freue ich mich auch sehr drüber. Jetzt habe ich auch ein bisschen Nachschub. Weiter geht es dann jetzt mit diesem Paket hier. Und das ist von American Dollhouse. Oh mein Gott. Das ist so schön. Das sind jetzt hier diese Wimpern-Styles. Kann ich euch auch sehr gerne immer noch mal auf Insta-Story zeigen, wenn ich sie mal trage. Die gefallen mir wirklich sehr, 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 sehr gut. Oh, vielen, vielen Dank. Das hier ist von Kiss, glaube ich, oder? Ja, von Kiss. Oh, wie süß. Okay, das Erste, was ich jetzt schon mal sehe, ist dieses Bild hier einfach mit einem J. Das finde ich total schön. Ein verzauberter Garten, eine Schatzsuche. Das ist ein Ausmalbuch, glaube ich, oder? Ja, das ist total schön. Und dann sind hier halt auch noch ein paar Kiss-Produkte drin. Also zum Beispiel auch solche Wimpern. Die trage ich auch sehr gerne. Zum Beispiel, wenn ich es mal ein bisschen natürlicher haben möchte. Und dann sind hier noch so Stifte drin für das Ausmalbuch. Das ist so eine süße Idee. Und dann auch noch eine Pflanze. Ja, und dann natürlich auch noch ein paar weitere Kiss-Produkte. Also da freue ich mich sehr drüber. Vielen, vielen Dank. Okay, das nächste Paket, was ich jetzt öffnen werde, ist das hier. Das ist auch wieder von NYX. Und zwar sind das auch wieder ein paar Lippenprodukte. Die werde ich dann auch wieder an euch verlosen. Das sind auch zum Beispiel solche Lipglossen mit Glitzer drin. Oder auch solche Matten. Also wirklich eine sehr, sehr große Auswahl. Und dann habe ich auch noch dieses Paket hier. Das ist auch wieder von L'Oreal. Oh mein Gott, das Packaging ist schon mal total süß. Schaut mal, da sind einfach hier diese Schildchen drin. Und hier diese Karte. Hashtag WakeUpAndGlow. Da ist hier diese Make-Up-Tasche drin. Gefüllt mit ein paar Produkten. Also so Highlighter-Paletten, flüssige Highlighter und alles Mögliche. Da werde ich garantiert auch ein paar Sachen an euch verlosen. Und dann habe ich auch noch das hier entdeckt. Das lag ja auch noch rum. Das ist ein Hydra-Serum von der Marke Verso. Also irgendwas für Skincare. Und dann habe ich auch noch dieses Paket hier entdeckt. Das ist das einzige Paket, was ich vergessen habe zu öffnen. Das hier ist von Benefit. Oh mein Gott. Benefit hat immer so süße PR-Pakete. Ich meine, schaut euch das mal an. Leute, keine Ahnung warum, aber irgendwie, finde ich, steht mir da gut. Und da ist jetzt der Gold Rush Blush drin. Oh wow. Sehr cool, vielen Dank. Also wenn ihr jetzt einen Teil der Produkte gewinnen möchtet, dann schaut sehr gerne auf meiner Instagram-Seite vorbei. Wie gesagt, auf Instagram heiße ich xlater. Und dann könnt ihr euch das Ganze auch mal ganz in Ruhe anschauen. Wie gesagt, ich bin absolut dankbar dafür, dass ich so viele Sachen von Firmen zugeschickt bekomme und möchte sie deswegen auch unbedingt mit euch teilen. Falls ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, dann könnt ihr sehr gerne mal auf das i klicken. Dort findet ihr ganz, ganz viele weitere Videos von mir. Oder ansonsten findet ihr hier auch noch zwei weitere Videos. Und das ist einmal das Video, in dem ich euch alles zu new erzähle. Also falls ihr es verpasst habt, dann schaut da unbedingt vorbei. Und das ist jetzt einmal ein Video, in dem ich Hochzeitsmode bei Amazon bestellt habe. Hier sind meine Social Media Seiten. Hier könnt ihr mich abonnieren. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zu meinem nächsten Video. Bye.